willkommen so hallo hallo jetzt sieht der lüt aus bevor ich hier reingehe mache ich bei euch beiden noch mal einen wunderbaren check gut waffe 533 242 mein knüppel gibt es da noch was besseres als ein handwaffe damit kann man die rücken kratzen nö eigentlich sind die echt gut ausgestattet meine güte sehr schrecklich bei meinem pizza ist so der hat hier 29 53 du kriegst natürlich den so gut die eine wird jetzt mal ein bisschen benachteiligt nehmen wir jetzt eine leckere pizza hier waren wir ja schon mal gewesen ich weiß jetzt nicht sind das meine freunde und meine feinde ok das sind meine freunde dann lass uns mal hier rein in der zeit nach sich noch eine pizza der typ macht ja selbstgespräche ohja kommt ich habe nie immer mit der ruhe zu tat ja ich brauche echt mehr von dem zeug ok dann lass uns noch mal ein paar tiere suchen kommen kann 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 so ich kann nichts dafür die haben die einfach angegriffen genau ja ich bin bei denen jetzt gezogen ist mir aber auch jetzt auch vollkommen schnippe ähm irgendwann habe ich noch feinde überall kann im kampf nicht verwendet werden und verschwinde mal wo bist du denn wenn man da ist wieder in der ich bin keine laufende kakerlagen jetzt kommt der kappler die achtliche langen gesucht habe überzeugen gut 65 brauche ich die mögliche noch erreichen das ist vollkommen unrelevant meine beiden tanten leben wieder aber ich habe mir Zeit noch für mich angegriffen haben der Zeit nach Pizzei Gästen ja ja so hier war mir schon überall drin nehmen wir alles mit jetzt aber was und lass uns mal dahinter das bringt dir nichts ja ich lege mich hier irgendwie mit jedem ein weil die nicht so wollen wie ich will da ist mir auch vollkommen schnuppe ja es ist so schön nur ein Tod das du da bist ein guter Zitat hat was haben wir denn da hier sind überall nur blechdosen ja die ecke kenne ich ja komm her äh die auch hier haben du lässt mal bitte meine beiden frauen in ruhe ja letzte Warnung so sehe ich das auch ok hier noch einer dann haben wir hier als mal alle gekillt dann gehe ich jetzt wieder hoch so hier ok ok finde drei bänder ok naja dann lass uns mal raus ja ich mache jetzt nur eine relativ kurzes video jup das ist nicht gewesen du kannst dich reißen wenn Feinde in deiner Nähe sind aber ich bin auch gar nicht so weit weg also ... ... ... 学te mir ok habe ich einen punkt mehr hier so rüstungsmeister durchdringte schüsse halte durch und eh dann bleibe ich nicht länger am leben ich muss da hinten raus und da kann ich auch gleich da hinreißen ich denke mal jetzt muss ich auch hier gegen alle kämpfen das macht echten spaß das macht echten spaß habe ich aufgekratzt am knie wird blutet doch hat dort ja nicht gemacht naja da wollen wir mal dann mache ich euch mal ein bisschen kürzer wir sind alle nackig war ich das etwa der diese scheiß eingestellt hat ah komm mal an der data liegt hier ja ok da komme ich nicht durch ich wollte ja echt alles umgebracht so so auch hier jetzt meine beiden frauen sind tot oder ohnmächtig so ich komme so 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 so